Ihre Feinde gleichzeitig angreifen. Okay, das wird, denke ich, auch ganz gut. Plus Meat Slot. Schalten Sie ein Körpertonicum frei. Warte mal, wie viele Meat Slots habe ich eigentlich? Denn haben wir noch eine Genbank. Ich habe schon vier. Aber von denen wird, denke ich, auch mal was ganz nützlich. Körpertonicum, ich habe keine Ahnung. Ich weiß so nicht. Was habe ich denn noch für Plus? Sind die hier noch? Bring mir nichts, denke ich. Hm. Oder soll ich lieber noch was sparen, irgendwie? Aber das gibt ich dann sowieso immer aus. Also kann es eigentlich mir komplett egal sein. So, und dann habe ich nichts mehr. Aber einen Erdbecker, Insekten-Schwarm. Gegen viele Chinesen. Hetzen Sie Insekten auf Ihre Gegner. So können Sie viele Gegner gleichzeitig attackieren. Yay. So macht man das. Das ist ein Kornfall. Auch schon. Yeah. Betäubt die Viecher. Aber das ist jetzt für eine bestimmte Zeit. Nein, du sollst das bitte. Nein. Alter, Spiele. Hängst du mal in den Gesicht. Und es ist in mein Gesicht. Doch, in dein Gesicht. Aber voll. Kann ich jetzt wieder, oder nicht? Auch schon. Okay. Jetzt geht's wieder. Wah. Verdammt. Schreck mich noch nicht so. Oh Gott, jetzt kommen die ganze Zeit immer wieder neu, oder was? Ach so, ja. Das brauch ich ja jetzt alles. Oh Gott, oh Gott. So macht man das. Oh Gott. Nein. So. Okay, jetzt nochmal. Warten, bis wir alle weg sind und reinlaufen. Aua. Das ist in der Hand. Äh, das ist in der Hand. Ich ziehe das nicht. Oh Gott. Okay, der ist echt. Oh fuck. Oh Gott. Kann ich mich auch hier verstecken? Nein, ich kann mich nicht hier verstecken. Oh Gott. Nein, geh weg, geh weg. Alter Mann. Alter Mann. D-T-R-F-Gart. Oh Gott. Wie kann ich mal so sagen, so viel Splicer. Das ist ein Jappen. Was geht jetzt? Aua. Arschloch. Huh. Nein. Das weiß ich nicht. Wiener stark, genau. So, wie viel brauch ich denn noch? Nein, das weiß ich jetzt auch nicht. Oh Gott. Gott, Gott, Gott. So. Nein, das weiß ich nicht. Hopp. Und das war's jetzt. Bin ich jetzt damit fertig hier? Wie viel hab ich denn? Äh, besorge siebener Hinheiten um destilliertes Wasser. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Wie kann ich denn weiter drücken, dass ich eine andere komme? Ja, egal. Ich denke mal, ich hab genug. Wahrscheinlich. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Wenn das ja alles so toll gesagt wird. Naja, egal. Ähm. Hier wieder rein. Container ist tot. Ja. Schön. Wieso tragen sie diese Maske? Vielleicht erinnert sich ein Teil von ihnen daran, wie sie einmal ausgesehen haben. Und sie schämen sich. Ich meine, welcher Mensch wird denn so schon aussehen? Ich meine, niemand von denen konnte ahnen, wie das ausartet. Ja. Haben sich gedacht. Och, guck mal, Adam ist sowas tolles. Kann man nur machen. Letztendlich. Hehe, hehe, hehe. Das ist doch echt schon wieder. Schock, der Hände steht direkt vor dem, aber der direktiert mich. Von dies. So, das noch. Und dann. Ach, viele, viele gerade. Hä? Wo komme ich wahrscheinlich nicht mit. Achtung. Niau. Prima. Uah. Eike. Hm, okay. Irgendwas hier noch? Nein. Aber die Leiche. Und destilliertes Wasser. Wee. Bray. Soll ich mal dagegen schießen? Das stimmt nicht weh. Hm, ich brauche glaube ich nichts. Und jetzt finde ich endlich mal wieder ein paar Ebspritzen hier. Oder auch Zeit. Hallo. Die Kinder müssen voll, lebens- und funktionstüchtig bleiben, um effektive Adam-Produzenten zu sein. Ich hatte vergeblich gehofft. Wir könnten sie in einen vegetativen Zustand versetzen, damit sie gefügiger werden. Ich fühle mich in ihrer Nähe äußerst unwohl. Auch wenn sie diese Dinge im Bauch haben. Es sind immer noch Kinder. Sie spielen, singen. Manchmal sehen sie mich an. Endlos lange. Manchmal lächeln sie. Uh. Telefon. Nicht benutzbar. W-Zwei ist es benutzbar, aber nicht. Da bin ich ja fast reingelaufen. Ich hör mir die denn gerade schreien. Oh Gott. Ich hab deine Blut, ja, du in der Schaffung. Hä. Stampe. Auf den Kopf zielen. Dann geht's rein. Ich hab's nicht. Ja. Ich glaub doch. Alter. Ach. Oh. Jetzt switch und switch und switch. Das wollte ich zwar auch nicht, aber egal Mich nervt es gerade Ich nervt es gerade Ich bin ein Big Daddy, ey Ich bin schon ein Big Daddy Ich bin schon ein Big Daddy Träf dich Ich auch Ja, genau Er bringt es nicht mehr Alter, ich bin Big Daddy, ich bin Big Daddy Alter, habt ihr irgendwelche Stoffe So sinneserweiternde Stoffe, ne? Hallo So Drogen, so, verstehst du? Mein Kumpel Captain Fluffy Peppermint Das will ein paar Freunde Das ist ein Einhorn, verstehst du? Man sollte ihm aber vielleicht nicht trauen Der hat mir gesagt, ich soll hier einen Löffel in den Kopf stecken Das habe ich nicht getan Oh, das ist, okay, ist schon fertig Hallo Mein Freund Lagerkiste war da Oh, Mr. Coen Ich wäre fantastisch in der Rolle Ich sehe, irgendein Moment Ich sehe, irgendein Moment, Daddy Waffenupgrade stattfindet Was machen wir denn? Könnten auch den aufwerden, aber ich glaube, ich werte die Och, ich weiß noch nicht Schadensupgrade wie Pistole oder vielleicht auch gar nicht so schlecht Ich benutze sie ja in letzter Zeit ziemlich oft Ich glaube, das war jetzt ein kleiner Fehl Aber egal Scheiß drauf Wird schon Irgendwie Mein Arm schläft ein, wenn ich so komisch hänge Nein Ich vermisse Captain Peppermint Er saß vorhin noch debi Wofür die Rohrzange? Ich weiß es nicht Egal Arbeit Es wäre so Neues Dunicum Fotografers Eye Der Erforschungsneider und blablabla Ist wahrscheinlich auch vollkommen unnütze Statische Entladung, komm Oh Gott Erlol 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 Ich bin gleich tot, Mann Ich bin gleich tot Das ist echt lustig Ich bin tot Es hat mich gerade alles ziemlich verwirrt Das war eine Falle War voll fies Öffne Dich Fremd Hey sie Sollen wir sie töten Wo bin ich ja jetzt Wo bin ich eigentlich Wo lang muss ich Hier geht's hoch Oh nee Von hier komme ich Okay Jetzt weiß ich wo ich bin Jetzt weiß ich wo ich bin Jetzt weiß ich wo ich bin Ich hoffe sie haben Spaß Genau Hallo Halt mal Schwede Halt mal Schwede Schieß drauf Schieß drauf Schieß drauf Schieß drauf Schieß drauf Okay Ich schieke sie weg Huch Was war das? Schieß drauf Schieß drauf Scheiße Ähm Ähm Däh Oh Ich glaube wieder falsch Hm Na ja Wie auch immer Fies Aber egal Oh Kartoffeln Das sind gerade Kartoffeln Das sind schon keine Kartoffeln Das sind schon keine Kartoffeln Ich bin Chips Ich bin verwirrt Ja nein Nein Ich glaube ich habe schon genug Distilliertes Wasser Kann das sein? Habe ich so ein Gefühl glaube ich gerade Oh eine verbrannte Lagerkisse Wie schön Oh Zigaretten Da kommt jetzt Bein raus Die Okay Hm Tschüss Schabotka Na klar Tschüss Schabotka Ähm 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 Nein Nein Egal Mal Frend So gehört sich das nicht ne So geht das aber nicht Ich habe wie es mir auffällt gerade echt wenig Munizier Wie dem auch sei Ich habe jetzt genug destilliertes Wasser Müsste ich jetzt ja Müsste ich eigentlich tun Machen Haben Und jetzt Wo geht sie dann nach oben Wenn ich das wüsste Dann Hier nicht Aber hier Prima Gut Gut Kein N Kein I Ah Ah Tut mir leid Schiff Ich bin einfach verärgert Wir sind nach Rapture gekommen Weil wir die Nase voll davon hatten Dass die Päne Hm Okay Te 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 Verbandskästen brauche ich schon mal irgendwie Ich brauche hier Verbandskästen Hm Warum Nein? Okay, woran geht's jetzt? Toll gemacht im Übrigen. Toll gemacht. Ah, gut. Wohnen muss ich. Ich weiß nicht, wohne muss ich. Hier muss ich nicht hin, aber wohne muss ich. Ich muss da lang, irgendwie. Ach so. Warum hab ich nicht mehr den Kompass da oben?